Musik Wir begleiten das Projekt mit den Glocken ja jetzt wirklich schon ganz lange. Wir waren beim Guss dabei und freuen uns jetzt wirklich schon lange, dass die Glocken heute endlich da sind und wollen die natürlich auch den Wormsern präsentieren. Deswegen fahren wir an allen Innenstadtkirchen vorbei und die Glocken werden da von ihren Schwestern mit Geläut begrüßt. Musik 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 Ja, das war schon sehr bewegend. Natürlich habe ich mir das auch gewünscht, dass das so eine Anteilnahme findet. Aber das dann mitzuerleben, das war schon sehr bewegend. Auch diese ökumenische Verbundenheit, alle evangelischen Kirchen, an denen wir vorbeigekommen sind, standen mit Delegationen, wenn man so will, da zum Teil die Kindergärten. Das war schon was ganz Tolles. Es war ein wunderbares Erlebnis. Ich finde diesen Brauch, Glocken willkommen zu heißen und den Schwestern in den Kirchen der Stadt zu zeigen, wunderbar. Dass sie uns mit Geläut ökumenisch begrüßt haben, war für mich ein großartiges Erlebnis. So ganz was für das Herz. Ich finde es richtig schön, weil mein Papa hat auch gesagt, dass das ganz selten vorkommt. Und da freue ich mich jetzt drauf. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020